Eine Partnerschaft ist eben, etwas zusammen zu kreieren, einen Weg einzuschauen miteinander, versuchen, gute Dinge zusammen zu kreieren, besser zu sein als andere, indem man stärker ist in einer Partnerschaft und nicht alleine etwas herumwuschelt, sondern ich glaube, die Partnerschaften sind dazu da, um es besser zu machen. Vorzug ist für mich eine grosse Familie. Sie haben gewisse Werte, die einfach lebend sind. Alle sind positiv drauf, es ist eine gute Stimmung, es ist auch der Umgang untereinander, es ist auch der Umgang mit mir als Partner. Ich habe das in den letzten zehn Jahren als sehr freundschaftlich und sehr familiär gespürt und das ist etwas, was enorm und gross ist. Das ist eine sehr offene und flexible Partnerschaft, wo man eigentlich alles angehen kann und wo man wirklich neue Sachen entdecken kann und wo man neue Sachen, neue Geschichten schreiben kann. Das ist ein sehr loyaler und ein sehr grossartiger Partner.